Herzlich Willkommen Leute, zurück bei Master Builders, zusammen mit Anne Hallo Und Naive Hallo So, haben wir das auch geklärt? Oh, ich hab das Gefühl, das ist das doppelte Wort jetzt Oh, hatten wir noch nicht Hast du Angst vor Clowns, Anne? Nein Okay Bin ich ja beruhigt Hm, kannst du auch wieder alle Farben nehmen, das wie Alleine, wie schnell die Leute immer quitten Ja, das Wort, Wort passt nicht Das Einzige, was ich kann, ist, bau irgendwas Das ist aber ein geiles Wort Es gibt echt das Wort, irgendwas Echt? Ja, anything heißt das Und dann musst du irgendwas bauen Und das war eigentlich cool War sehr witzig, was da so rausgekommen ist, was die Leute so gebaut haben Glaub ich Ich hab ein Mac gebaut Ja, und ich hab ein Bücherregal gebaut Beides kam gar nicht so schlecht an Stimmt, hattest du gemacht So In meine Kommentare wurde geschrieben, dass jemand nicht verstehen kann, warum ich Pixelarch-Scheiße bewerte Weil Es einfach Ein Muster auf dem Boden legen ist Okay Leute, okay, okay, dreieinhalb Minuten noch Scheiße, scheiße, scheiße Erstmal alles wegmachen wieder Scheiße, 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 ja erstmal alles wegmachen, hast du recht, ist so gute Idee Das war Ich finde, es sollte einen Button geben, wo man alles mit löscht Aber nee, das ist zu gefährlich, glaub ich Äh, glaub auch Was neu anzufangen Nee, dass man aus Versehen auf den Button dann kommt Ja, dann gibt's halt den Options-Menü und dann noch ein Menü und dann noch ein Menü und dann hast du's da drin Da kommen trotzdem Leute aus Versehen drauf irgendwie Ja, dann haben wir Pech gehabt Du solltest nie die Idiotie der Menschheit Kennst doch die Menschen, ey Dann haben sie Pech gehabt Kennst doch die Leute Bau Immer Kacke Haaa Das ist Heißt, du hast keine Kreativität Genatzt Kreativität Drei Minuten verbleiben Ja Weiß nicht, ob ich mich hier verkalkuliere mit dem, was ich geplant hab Möglicherweise ist das Ist das möglich Dass du dich verkalkuliert hast, ist möglich, oder Möglicherweise ist es möglich, dass ich mich Verfuck Verfuck Schon ist es passiert, ey Oh, komm schon Hä? Hast du dich nichts gemacht? Ist Also Ich war letztens Irgendwann mal Also, da war noch Sommer halt Ja Da war ich im Zirkus Ja Und, ähm Haben wir Freikarten gekriegt, irgendwie Und, ähm Die Clowns sind ja nicht mehr so das, was sie früher immer waren, ne? Nein Die sind ja schon sehr modern geworden Ja Ja, wollte ich noch mal gesagt haben Ich benutze jetzt Smartphones Was? Die benutzen jetzt Smartphones Ja, machen die wirklich Aber es ist halt immer noch witzig Also, das Gute ist halt Clowns sind halt immer noch witzig Weiß nicht, ich fand Clowns noch nie witzig Das hat mehr so Guru-Humor, ne? So 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 was Okay, meins wird auf jeden Fall in die Luft fliegen Meins auch Meins nicht Beste Halt so So ein Guru-Ding halt, ne? Clowns halt Versuch jetzt noch mal was zweites daneben zu bauen Aber ich glaube, das schaffe ich in der Zeit nicht Wieso hast du das gebaut? Geht ich gar nicht sagen Oh Gott, warum? Moment, hab ich das verdient Wie viel Zeit haben wir noch? 1,2 Minuten Wart, 1 Minute nur noch? Okay, jetzt bin ich Ach Gott Ist das Kacke, Mann Oh Mann Ich werd so geflamed werden Von wem denn? Ist ja doch nicht geflamed Von den Leuten, ja von euch Ausgelacht Niedergeschmettert Physisch Psychisch Hast du gesagt Kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir das jemals getan haben Ja Fünfte Sekunde noch Noch hier Ist das hässlich Und Feuerwerk, ich will Feuerwerk Egal, Time ist ab Ist das hässlich Gar nicht mehr so schlecht geworden Scheiße, der ist schon wieder gut Der ist Adam Der ist verdammt gut Der ist eigentlich gar nicht so schlecht Der ist gut Sogar beidseitig Beidseitig Der ist schon gar nicht so schlecht Anne Anne Ich dachte, es explodiert Der ist auch nicht schlecht Aber der ist nur okay Ach, das ist so Der ist gut Warum hab ich ja gesagt, ich mag pixelart Ja, ich hab auch nur einflächig gebaut Aber mein steht Das ist ganz cool mit der Glocke noch so dran Guck mal, mit der Glocke hab ich das nämlich auch gedacht Ja Das ist ganz cool Das ist Ronald McDonald Ronald McDonald Ja Aber ohne Clownsnase halt Ja, das sind Ja, und das stirbt er halt für mich Kann auch ein Bauarbeiter sein Tut mir leid, mein Ne, ist meh Ich hab jetzt mal erst am Liede gegeben Wie in der Hose auch Ist ein Bauarbeiter, ey Oh, was ist das denn? What the fuck? Pixelart Das ist Nephi Das ist Pixelart Aber nicht fertig Was sollte das werden? Aber was ist das? Ich seh's auch Ich kann's auch nicht erkennen Ist das der Hund? Sind das Hunde? Warum ich das gucken soll? Ich glaub, so rum Was ist das denn? Oder so rum? Warum ist das nicht explodiert? Ja, aber echt, ey Ja, der ist auch nicht ganz fertig geworden Ist meh Ich muss mal die Konkurrenz ausschalten Ich muss schon was werten Ich gewinne eh Was willst du machen? Die anderen haben noch beschissener gebaut als ich Was ist das? Langeweile Nicht wissen, was man baut Und trotzdem die Runde mitmachen Das ist dieses Okay, gut Ich weiß nicht Was ist ein Clown? Sieht aus wie was zu essen Vielleicht soll das eine quietsche Ente Und ein Teich sein Ja, sehr gut Wo wohnt das Wasser? Das Wasser! Wuh! Dann haben wir alle reinspringen Was ist da denn passiert? Ach, du bist auf der richtigen Seite gespawnt Okay Ich bin auf der Rückseite gespawnt Dann sieht's halt auch so wie Der ist gar nicht so schlecht Mit einer rote Nase Hätt ihm halt gut getan, glaub ich Ja, ja Und er hat ein Loch in den Zähnen hier irgendwie Ja, aber hinten hat er so einen Tumor wachsen Ich weiß nicht Ich hab jetzt mehr gegeben Ich fand's nicht so gut Oh, wer ist er denn? Oh! Das ist ja creepy Der weint Der weint, ja Achso, ja, das ist ganz lustig So ein heulender Clown Okay, der ist okay Das ist okay Dass er weint, der heulende Clown Ist okay Was zum Teufel Das ist nicht schlecht Das fände ich überhaupt nicht gut Was? Das fände ich nicht Nicht Tomelei Das ist ja Das tut mir leid Das ist mein Eisablieg Ich kann die Intention verstehen Aber dann das Schild zu schreiben Nicht fertig ist einfach nicht genug Okay Das steht so auf Deutsch, ja Das ist halt Zeitmanagement Oh, wow Dem ist die Hose exkludiert, ey Arsch auf Grundeis, sagt man ja auch, ne? Anna hat gewonnen Das? Ja, glaub ich auch Goro Bay hat gewonnen Oh, kannst mal sehen, du Der Dilettante hat gewonnen Der Dilettante Beste Aber ich bin immer ein Zweiter Also, please Leute, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat Und wir sind jetzt den nächsten Partner Tschau Tschau, dude Tschau, dude